hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode minecraft badwars ja ich hatte jetzt gerade noch mal ein wenig bock badwars zu spielen und da dachte ich mir kommen gehst auf gomme gehst du auf badwars gehst du auf 8x1 und dann rockst du einfach mal die bude so ich werde das ganze heute sehr sehr ruhig angehen wir wollen uns natürlich hier nicht stressen alles chillig machen und dann dürfte das auch alles gar kein problem sein so ich sorge erstmal für eine kleine grundverteidigung hier so ein bisschen so ein kleines dach bauen wir uns erst mal so dass falls es regnet dann sind wir da auf jeden fall geschützt hier machen wir auch ein paar blöcke hin hier noch alles und da und hier noch zu und dann dürfte das auch eigentlich erstmal alles halten so wir haben uns noch mal ein wenig bronze noch mal ein wenig iron machen uns das schon mal ein gutes schwert einerseits dankeschön etwas rüstung und dann brauchten wir noch einen homoppa und eine kiste wo wir zeugs reinlegen können was wir erstmal nicht mehr brauchen so einmal essen dankeschön hier für die kiste das eisen nee ich wollte kisten nicht so special ich meine spinnen zwar schon ziemlich special aber so special nun auch wieder nicht so und dann brauchen wir auf jeden fall noch ein paar blöcke falsche taste gedrückt und schnappen uns mal eben das eisen noch wir sind was sind wir ich bin dieser bam warte was bin ich ich bin rot okay gut zu wissen ich muss aufpassen der typ wird vermutlich zu mir kommen beziehungsweise wird es versuchen zu mir zu kommen brauche ich mich mal zudem vermutlich würde es jetzt checken und schnell zurücklaufen und sich im bogen kraften aber jolo leute wisst ihr was jolo oder er merkt es nicht das kann natürlich auch sein ich habe schritte ich habe schritte gehört wollte ich gerade sagen und was war es es waren schritte richtig krass oder retarded skala 1 bis 10 schon so eine 20 ne komm du kommst erstmal hier schön runter runter mit dir böser boy wo jetzt muss ich aber aufpassen die wollen hier die wollen mir ans leder so ok da kommt noch das ist gut so jetzt muss ich erstmal ein bisschen defensen der checkt nicht dass ich hier bin hat nämlich gesehen jetzt glaube ich keine blöcke oder macht sich jetzt noch ausrüstung so dann mache ich jetzt ganz schnell das so so schon mal das wichtigste so hier wieder ein bisschen eisen holen schritte gehört oder nee wann kann ich schritte ok gut so noch was essen hey alter der leckt ja sowas von so hoh mein gottes willen ok der weiß nicht dass ich low bin der weiß nicht dass ich low bin ok der baut sich da ein bisschen rum so so komm her boy tschüss jetzt hast du ein problem ne tschüss weg mit dir so so mein bett äh ich war rot ne mein bett steht noch gott sei dank so aber erstmal würde ich sagen äh ich hole mir das ich scheiß erstmal auf mein bett ja mein bett ist zerstört worden da musste ich jetzt einfach mal ach wozu mach ich mir ein home whopper ähm bessere rüstung wichtig so das ist schon mal gut und dann ein besseres schwert so eskalation leute hier eskalation so dann auf geht's in die mitte in der hoffnung darauf dass ich da noch ein bisschen gold ergattern kann ich meine alle hatten jetzt extrem viel zeit da ein bisschen gold abzustauben aber es sieht gut aus alter das sieht richtig gut aus da ist auf jeden fall eine schöne menge gold ne so ist bei mir einer ja der kauft sich da gerade was ähm überrasch ich den der kann nicht wirklich gutes zeug haben warte ok gut ok so jetzt schnell mir nein 13 erbogen komm und jetzt bist du weg bogen baron wo bist du so äh wir brauchen rettungsplattformen das ist wichtig so einmal zweimal und dann brauchen wir noch home whopper wieder wer braucht es schon fallen bitteschön so ähm dann das oh gott ich bin richtig aufgeregt das ist grad richtig intens äh wir können auch zu dem boy gehen und dem sein bett kaputt machen ich glaub der hat dann kein home whopper gedacht würde mich ehrlich gesagt wundern aber naja so oje da hat der boy auf jeden fall was richtig gutes gebaut aber sein bett ist kaputt gut so so kauft er sich was d d d d oh Scheiße, was ist das hier für ein Kampf? Was ist das für ein Battle? Was? Ich habe einen getötet. Nice. Team Pink wurde vernichtet. Oh mein Gott. Wie viele leben noch? Es sind nicht mehr viele übrig. Oh mein Gott, was ist das bitte für ein Battle hier? Heilige Kacke. Ähm, so. Tränke brauche ich. Oh shit. So. Boah, ich bin richtig aufgeregt gerade. So. Tränke haben wir sehr gut. Wir haben einen Home Whopper. Den lege ich mir unten auf die Inventarleiste. Da muss ich jetzt irgendwie hinkommen, ohne dass der Typ mich abschießt. So. Das checkst du nicht, dass ich hier komme, oder? So. So ist erstmal ein bisschen safe, sage ich mal. Das ist kein bisschen safe. Das ist ein bisschen safer. Aber nur ein bisschen. So. Ähm. Der Boy muss auf jeden Fall irgendwann mal wieder zurück. Okay, ich muss auf jeden Fall hier so eine Backup-Mauer machen. Dass falls er mich runterschießen sollte von meiner Sicherheitsplattform, dass ich auf jeden Fall hier aufgefangen werde. So. Ich hab noch genug Blöcke, Boy. Ich hab noch genug Blöcke. Und ich hab auf jeden Fall den besseren Bogen. Ah, da bist du. Hi. So. Und du stirbst jetzt erstmal, bitte. Au. Oh mein Gott. Alter, treff mich halt noch besser. Äh. Ich trinke... Ich... Trinke mal einen Trank. Komm schon. Alter, der trifft richtig intens gut. Okay, er portet sich home. Okay. Das waren 5 Sekunden. Oh, er hat mich verarscht. Er hat mich verarscht. Lull. Richtig gut. Ich hab ihn gekillt. Nice. Oh Gott. Jetzt hat er vermutlich alles verloren. Er hat das Spiel verlassen. Nice. Jetzt ist nur noch er übrig, da vorne. Was macht der Boy? Der chillt seine Base. Okay, gut. Der kann seine Base chillen. Oh mein Gott. Was ein immenses Battle war hier denn bitte gerade am Laufen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Boys. Ja, der sollte kein Problem werden. Genau, den hab ich. Den hab ich. So, äh, da muss, da bin ich. Das heißt, ich pop mich mal home sweet home. Oh mein Gott. So. Und mache mir jetzt mein verdientes Eisenschwert. Und mache ich mir noch einen Stärketrank. Und noch nen. Als ob man nicht mehr dran kommt. Man kommt einfach nicht mehr dran. Äh, so. Und ein paar Blöcke. Und dann machen wir uns jetzt, glaub ich, auf den Weg zu dem Boy. Keine Ahnung, was so der macht. Oh mein Gott. Was ein Battle, Leute. Das war wohl eines der krassesten Battles, die ich je gehabt habe. Es war... Schon echt krank. So. Ist der afkar? Hallo? Er leckt auf jeden... Er fällt runter, okay. Oh. Mal eben hier hoch. Gewonnen. Oh mein Gott. Was ein Battle, Leute. Das war das krasseste Battle, was ich je gehabt habe. Es war wirklich intens. Gut. Dann würde ich sagen, was ist aber auch mit dieser Episode. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage Tschö. Bis dann. Und man sieht sich. Was ist da, was ich glaube ich auch. Bis zum nächsten Mal.